ja für mich war das ganze schon sehr beeindruckend sowohl vom fahrzeug als auch von der strecke her ich würde es jederzeit wieder tun es war einfach super es war ein super geiles event einfach mal klassisch offroad fahren super gut einfach nur cool unglaublich was mit dem auto machbar ist so bin ich noch nie outdoor gefahren geil 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 er ist gefahren ich habe geschrien war wirklich super toll leute wenn ihr bock drauf habt macht es